Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unturned. Der Vincent ist gerade Laptop holen für Craftingrezepte. Ich werde hier hoffentlich dieses Auto nicht vor die Wand fahren. Jawohl, ich rolle rückwärts. Wir fahren jetzt einfach mal die Straße lang, so lange, wie es halt noch der Fuel reicht, wa? Weil Vincent so schlau war, ist dort erst mal zu dem anderen Auto gefahren, was wir irgendwie... Oh, wir haben eine Hupe! Hup, Hup! Deine Mutter hupt und hier oben ist, hier unten ist ein Dorf. Und unser Auto rollt weg. Jawohl, die Machete ist richtig geil. Unser Auto rollt weg. Du rollst schon wieder? Nee, aber die Machete ist richtig geil. Hä? Vincent bockt richtig. So, ich kriege jetzt Strom. Die ist wie die Pickaxe, nur die schlägt halt doppelt so schnell. Was ist geil? So, komm her. Auf allem hat die auch eine weitere Range. Ich kann stechen. Mal gucken, was das Stechen so macht. So. Oh, ne, das Stechen ist nicht so geil. Jo, guck mal. Dadurch, dass ich gelaufen bin, ist ausgeschlagen, ey. Ja, geil. Das ist einfach Holzfußboden for the win. Jo, du bist in der Stadt? Ja. Okay, das bedeutet auf jeden Fall größerer Rucksack. Headshot. Ich versuche jetzt nur noch Headshots zu machen. Jawohl. Hahaha. Bin ich der Pro oder bin ich der Pro? Du bist der Pro. Jawohl. Ich fühle mich so toll. So, Post Office. Größerer Rucksack. Wir brauchen jetzt nur einen größeren Rucksack. Da liegt irgendwas. Das ist wie so ein Light. Was ist das? Da war was das Gelbe. Ah, da kommt ein Zombie. Generator. Ach, den brauchst du bestimmt für die Lampe. Den brauchen wir bestimmt für so einen Baustrahler. Sorry, no Space. Oh, du hältst die Snare weg. Scheiß drauf, wenn wir uns beimbrechen, ob so wir haben einen Generator. Was liegt hier hinter dir? Ach, Scrap. Scrap. Das brauchst du zum Craften, das weiß ich. Nee, wir suchen jetzt erstmal einen größten Rucksack. Wir können ja dann nochmal. Komm, ich mach hier mal so. Eins, zwei, drei. Genau. Pass auf, da sind Zombies nicht drin im Auto, ne? Ja, das sind viele. Bisschen schnell genug. Genau, fast von Zaun. Das Anlauf. Das erstmal Anlauf holen, ja. Hier liegen sie alle. Ich könnte es einfach one hit killen, aber habe ich gerade keinen Bock drauf. So. Scheiße, ich habe nichts equippt. No, wie viel einfach nur. Ich fahre aus wieder, ja? Ja, du kannst auch mit den Nummern oben durchschalten. Ah, gut. Ah, du hast natürlich... Achtung, mach, Peter. Wow, yo! Leute, du bist gerade... Okay. Hüpft er raus! Nein. Nein. Nein, tu... Mann! Home. Scheiße! Ja! Wo muss ich denn hin? Ich habe keine Ahnung. Hey, haben wir nicht gerade noch in der Pause gesagt, dass du schlussst? Aber was sollte ich denn machen, ey? Das ist Wahnsinn. Nur weil es bei mir dunkel ist, weil ich nichts sehe. Wir müssen die Brücke irgendwie wiederfinden, daran können wir uns orientieren. Ich sehe halt aber auch nichts, gell? Ja. Es wird dann perfekt wieder ein bestimmter Tag, wenn ich wieder dran bin. Enten ist so ein fucking Haus. Ah! Hier ist die Farm, die wir eben gecleared haben. Ja? Ja. Da oben steht noch das kaputte Auto. Alles klar, dann müssen wir... Ja. Oh Gott. Oh, das hat mir gerade ein bisschen... ...s Leben genommen. Ja, genau, das hatte ich auch auf dem Ding in Super Clive. Oh, wie mache ich... Wie mache ich das jetzt? Wie komme man da jetzt? Mit Scrap Metal kriegst du ein Campfire. Nee. 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 Quatsch. Okay, was? Wie mache ich das jetzt am dümmsten, dass wir da reinkommen? Das waren bestimmt 10 Zombies. Wir können daraus ins Auto nehmen. Und dann warten. Alles klar, ich bin wieder da. Ich habe doch hier oben noch ein Auto. Da fahre ich einfach mit dem... 4 Steine und 4 Sticks, da hast du ein Campfire. Hm. Ich brauche mal eine Axt. Und... Eine Pig-Axt. Eine Pig-Axt haben wir. Ja, noch nicht wieder. Ich setze mich jetzt in das Auto und fahre da runter. Warum bist du überhaupt ausgestiegen? Weil ich Sprit sparen wollte. Ach so. Putzfrau. Ja, mit dem haben wir auch mal aufgenommen früher. Das ist der gute alte Etienne, wer den noch kennt. Da raucht es überall. Du bist nur reingerannt. Bist du in die Post rein? Nee. Was ist hier in das Beiße? Ja, ich... Ich habe kein Ding ins Meer. Ja, das ist alle. Du kannst ja versuchen irgendwo... Weil du hast ja jetzt mega viele da, wo auch immer du rein bist, reingelockt. Hier kriegst du irgendwo anders noch schnell eine Waffe her. Feuerwerkst. Ah, du bist voll. Vier müsste es sein. Okay. Pharmacy. Ja, okay. Wir müssen erst mal... Wir müssen erst mal... Nee, nee, nee. Das ist auch das falsche Haus. Wir können ja nichts mitnehmen. Gar nichts. Wir sind ja voll. Wo auch immer du reingelaufen bist, ne? Bist durch irgendein Fenster reingelaufen. Irgendein breites Fenster. Oder daneben war eine Tür. Ja, hier sind auf jeden Fall auch Pillen und so ein Kram. Nee, nee, nee. Wo zur Hölle bist du reingelaufen? Nee, nee, den auch nicht. Guck einfach mal in die... In die Post. Ich glaub nicht, dass es die Post war. Nee. Ich mach das jetzt systematisch. Dass hier kannst... Nee. Das ist auch so nicht. Aber wir müssen die Häuser überall noch mal rein. Wir müssen überall in die Häuser noch mal rein, wenn man nichts erkannt hat. Ja, wir können jetzt schon mal Ausschau halten nach einem Rucksack. Ja, aber... Jo, die schlägt lange. Nein, die macht bestimmt auch damage. Okay, dann hier. Guck nochmal das ausnehmen an. Nee, das war Pharmacy, ne? Ja, gut. Ja, Police. Police klingt auch gut. Von gut her. Klasszelle. Police, Uniform. Hier rein. Trifft man einfach überhaupt nicht. Headshot. Ja, man muss Kopf ziehen. Scheiße. Ja, der Kopf ziehen bringt echt was, ne? Ja. Jawohl. Ja, ist jetzt auch unser Skill dann wieder weg, oder? Ja, Sneaky Bicky. Also merken, nicht sterben. Ja, wir müssen unser Haus wiederfinden. Du brauchst nicht wieder zurücklaufen. Da drüben vielleicht? Ah, ah. Ah, ah. Sicher? Ja. Nee, ja, ja. Sicher. Police station war es auch nicht. Mach mal weiter hier in die... Nee, nee. Hier waren wir ja auch schon. Hier waren wir auch schon. Warum? Hier waren wir überall. Aber wo müssen wir denn? Ja, geh mal. Oh ja, Tommy. Da, wo der herkommt. Da war jetzt geradeaus und jetzt hier rechts. Die Häuser haben wir da noch nicht. Das könnte noch das Weiße auf links hier gewesen sein. Obwohl, nee. Schöne Werkstatt. Oh, da wird so viel Zeug, ne? Tankstelle. Und Benzinkanister. Das da könnte noch gebogen sein. Ist der denn nicht Hinterraum? Nee, es hat zwei ausgegangen. Der hat noch Hinterraum. Taschenmünfer. Ich hoffe, dass die Spont nicht. Geh mal hier rein. Das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. So ein Blödheit, dass sie eine Scheiß-Waffe haben. Ich mach jetzt alle nacheinander. Alle nacheinander hingerichtet. Die kommen aber in so einer schönen Reihe. Fast auch, da liegen auch welche, ne? Muss man richtig gut abteilen. So lange, wie die schlägt. Liegt noch einer. Okay, dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, nächste Weisheit immer auf Kopf ziehen. Jawohl. Man lernt so langsam. Wir brauchen auch ein größer... Äh, toll. Nee, nee, das ist das falsche Haus. Aber da war ein Cape auf jeden Fall. Rechts. Magic Cloak. Die magische Cloake. Ja. Ich mach gleich mal gucken, nochmal hier vorne weg, ob hier irgendwo ein Rucksack steht. Bevor er unser Zeug wieder einsammelt. Scrap Metal. Nicht in der langen Zeug. Ach, das ist, ja, das ist schon. Die Feierwecks ist auch nicht schlecht. Aber die schwingt halt mega lange. To break was? Is used to break? Was liegt denn da? Komm, wir nehmen das mal zu uns. Huh. Is used to break doors. Hm. Ja. Ich hol mir jetzt erstmal den Rucksack. Jo, das sind ja noch welche. Jetzt komm ich ja komischerweise raus. Hier. Dann hast du die Machete. Dann schlägst du schneller. Da brauch ich nicht so eine Range. 50% scheiße, aber da vorne war eine Pharmacy und da sind auch Tabletten. Wenn wir die Beeren und die Tabletten kombinieren, muss irgendwas stärkeres rauskommen, hab ich da irgendwo gelesen. Ich gucke mal eben. Backpack-Rucksack, Rucksack, Backpack-Rucksack, Backpack. Da ist unser Rucksack. Da ist unser Rucksack. So, ich weiß nicht, wo ich nicht mehr Zeit habe. Da ist unser Rucksack. Das ist unser Rucksack. ist ein gestorben 5% so kannst du von hinten messern wenn du angeschlichen kommst ist auch cool noch eine machete, ach ne wir haben keine mehr die torch ist es und 2 rags geben eine bandage also ist clove wirklich wichtig was wir immer weggeschmissen haben weil aus 4 4 clove kriegst eine bandage ne bondage ne was close ja clove das haben wir ja früher mal weggeschmissen ne weil ich will die Hose haben du hast nen Dolch ja ne pocket knife das so, warte mal animal pals ich suche jetzt erstmal einen größeren Rucksack die magische cloake wieder noch ne torch noch ne torch im store war das ja gerade ja aber jetzt können wir doch ordentlich skillen oder? noch 62 und was hat man noch sneaky biekeh? und was hat man noch sneaky biekeh? ach da ist doch schon wieder jemanden ja wie er angesprimtet kommt ey wo bist du gerade? ich bin gerade im ach in der tankstelle ne? ach da nicht ne waffen vorhin? in der tankstelle? ne crowbar was ist das? sledgehammer das ding ist bestimmt auch nicht schlecht aber wir wissen jetzt auf jeden fall wo werden müssen die frage ist ob die wieder spawnen die viecher ja was liegt nie alles da oben liegt schon was sag schon was ist dran vorbei gelaufen clove ist schon mal wichtig ich wähle einen größeren Rucksack kann man sich irgendwie einen größeren Rucksack craften? was ist denn shells? ich esse jetzt mal ein chocolate bar liegt nur muni in der luft rum? also ich finde nicht wie man ein backpack noch mehr clove clove ich habe jetzt zwei mal clove ich habe drei mal clove gleich unten dann kannst du dir einen Rack machen und aus zwei Racks kannst du eine Bandage machen ja ah ein Rack ich fahre nur noch einmal clove ah zwei Racks ja und aus Racks kannst du dir eine Bandage machen ja ja ja, genau geil komm, den nehm ich jetzt erstmal definitiv nis ... zählen nur ein ja weil du den anderen noch nicht aufgoben hast du würdest da genau da liegt er geil was denn noch jetzt wird der Tag an wie ich es gesagt habe die Folge ist gleich rum na gut 4 Minuten hast du noch ne ich mache jetzt ich überziehe jetzt kannst du auch mal ein bisschen Nacht spielen so was lagen da noch Spritze... Alter wie groß jetzt Adrenalin Dressing High-Quality Glove with Redblatt stoppen die sich ein aus das weniger Rüstung so schlau sorry no space das ist das halt mal das ordentlich oh nice das ist es an ne nix gehts warte wie wir auch sehen ich feiere das so hart ich feiere das so hart ey dieses Gesicht ne Adrenalin was ist denn Adrenalin ah Stamina ja klar Henkelers Pocket knife ach eh ich weiß das für die ist auch gut die Mosen oder ne keine Muni mehr ja hau halt weg noch drop also das endlich mal ein bisschen Tag hier ne davon haben wir auch noch Painkillers oder ja ne ach das sind die Antiradioaktivität Tabletten ja das ist gut äh was will ich denn damit was kann man damit machen beraten und dann essen ich suche jetzt erstmal einen Kostner Rucksack irgendwo muss es doch hin Kostner Rucksack hier nehme ich noch Slug Money rum nö 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 ein bisschen hochdrehen weil wir sind ganz schön leise ja stimmt wenn man aber wieder lauter werden ne wir werden eh nicht so laut rum schreien es gibt nicht so viel Action ja doch wie ich vorhin hier war ich auch schon drin hier gibt es auch nischt auch mal ein bisschen dahinter deiner ich glaub auch nicht dass es ein deiner was gibt ja auch vielleicht in meiner ahaha 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 muldig garbage ja lech es wird doch in soner scheiss stadt irgendeinen Rucksack geben Chefpaint Kitchen Knife Molly Garrett Es noch zuschmeißen. Apple Juice Box, komm, die nehmen wir jetzt mal. Ey, so langsam finde ich fast ein bisschen Spaß an dem Spiel, ey. Wo? Mülltonne. Ja, gell? Ja. Ja. Und ich werde dann mal daheim das auf Ultra spielen. Warum auch immer Vincent sein Ding ist. Weg dich. Unten steht Munition. Oh, ey. Weißt du, wir haben eine ganze Stadt, ne? Und keinen hässlichen Rucksack. Ja, ist echt so. Vor allem, es ist ja nicht mal so, dass wir zum Beispiel einen kleinen Rucksack gefunden hätten oder so, der uns nichts gebracht hätte. Sondern wir haben einfach gar keinen. Doch, wir haben einen. Nein, keinen gefunden, meine ich. Ach so. In der Stadt, in der ganzen Stadt. Dann sind noch Container. Und schlechter. Reicht hier schon drin, ne? Die Polizei. Da kann man mal durchgucken und unter den Tag. Das ist so rumliegt. Das ist eine Schutzweste. Goll, Police Amor. Nee. Die kannst du drüber ziehen. Ja? Ja. Und dann würde ich aber das Polizeishirt anziehen. Erstmal muss ich anziehen. Nice. Mal Rüstung. Ach, da unten steht doch schon der Kandidat. Ich glaube, wenn man das auf Ultra spielt, ist das auch gar nicht so hässlich. Ich finde es jetzt auch nicht so übertrieben hässlich. Jetzt ist aber auf jeden Fall der Technik raus. Also Rechtsklick, gell? Rechtsklick, ja. Ja. Alter. Komm schon, lass da Rucksack sein. Wie kannst du reinlängst? Aha. Flashlight. Alter. Wie, ich einfach keine Kanten, nichts. Ich denke nicht, dass wir hier einen finden. Oh. Rolls. Eine Säge. Braucht man nicht. Braucht man dann später Bretter zu machen. Ist das eine Axt? Hm. Ja, nein. Das kannst du hier reinlängst. Die Feuerwehr-Axt wegschmeißen. Ah, die war besser. Ja, aber die Axt brauchen wir, um Holz abzubauen. Sorry, Nath Energy. Ich kann nicht hüpfen. Also ich würde die Feuerwehr-Axt wegschmeißen und lieber die hier mitnehmen. Ja. Na, weil hier kann man Türen aufbrechen. Mit der anderen Axt kann man Holz abbauen und unsere Sachen fahren. Was liegt da? Ah, ne, das ist nur so ein Holzding. Es wird doch irgendwo so ein scheiß Rucksack geben. Aber zumindest kann man uns die Stadt merken. Ja. Ja, cool. Warst du sicher, dass du in allen Häusern warst? Na, ich muss eh so oder so zurück. Darüber steht ein Viech. Die ist einfach qualmend, ne? Ja. Ich glaub hier links ist hinten, in dem war ich noch nicht. In dem weißen? Hm. Dein Geister hast du angefangen, das weiß ich. Ah, Mann. Ist das doch so ärgerlich. Hier gibt's Eis. Ist das richtig ärgerlich. Nicht so viel Zeug, was man vielleicht brauchen könnte, ne? Überall Gascans. Was? Mann ey. Warst du in dem schon? Ja. Sicher? Ja. Ja. Na hier war ich. Hier rechts ist ne Torch. Ja. Was war da noch? Wolli. Tomato. Tomato. Realistic. Schade. Richtig schade. Dann wär mal wo uns mal auf der Straße da vorne weitermachen, wa? Mhm. Aber wir haben jetzt kein Car mehr. Kein was? Kein, kein Auto. Und so. Naja, wir haben ja Benzin. Ja. So, ich hab jetzt noch genau zwei Minuten Zeit. Vielleicht steht hier ja irgendwo ein Auto rum. Haben wir hier schon drin, ne? Nein. Sieht nicht zumindest. Jo, wir können uns voll, voll fressen, alter. Rauchen wir unbedingt. Alles. Fress. Ich droppe jetzt erst mal hier. Ja, Modi ist halt immer so. Ja, Modi ist halt immer so. Ja, Modi ist halt immer so. Was ist das? Potato Chips. Apple Juice. Alles klar. Wir haben die Tabletten gegen Radioaktivität nicht mitgenommen, fällt mir klar drauf. Hab ich die nicht hergeworben? Scheiße. Weichen die hin? Genau. Erste. Erste. Die Saftbackung schlagen. Bringt alles nix, ne? Doch, die müsste jetzt was bringen. Ja. Brauchst du nicht. Ja, die macht Essen. Na egal. Die Wasserflasche ist echt gut. Nee, was ist das nochmal, die? Messer. Ja. Die Bowls brauche ich nicht. Wenn man die Tablette wohl irgendwo vergessen. Wurde nicht eingepackt. Ja. Pass auf einmal vorbeikommen. Mir ist auch glaube es blaue Gebäude, oder? Hinter dir. Ja, liegen noch. Sorry, no space. Was? Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir alles. Ja, die kommen ja gleich benutzen. Was? Die. Das lohnt schon. Ja, 15. Na gut, dann müssen wir noch was essen, dann können wir uns, dann können wir wieder regenerieren. Ah, das ruhe Zeug würde ich... Wir können noch vier, vier Rocks und vier Dingens haben wir eine Spitzhacke. Wo, wo habe ich denn die Spitzhacke? Hatten wir nicht. Doch, Spitzhacke hatten wir freilich. Nee. Wir sind gestorben. Ich habe aber einen auf dem Weg gesehen, in irgendeinem Haus. Nee, das Auto da vorne. Lass das dann mal auffüllen. Mit was? Na da hinten in der, im... Ah ja. Im Gas, sind noch zwei Gascans. Ich hätte hier irgendwo auf jeden Fall eine Spitzhacke. Ne. Doch, definitiv. Ich habe ja nichts sehen. Wir sind bei 25, ne? Na ja, die Spitzhacke finde ich jetzt noch. Die Spitzhacke muss jetzt noch sein. Ja, in deiner. Frying Pan. Was ist das denn? Radpfanne. Ey! Kann man sich damit nicht essen machen? Na ja. Mal. Schaut mal mal kurz. Military Weapon? Was? Jawohl. Ja. Wir schlagen den... Kann ich F? E? Nein. E kann ich mich lehnen. So. Drop. Brauchen wir nicht. Na gut. Ich würde sagen, dann sucht der Vincent jetzt in der nächsten Folge mal die Spitzhacke. Genau. Oder war ich hier drinnen? Nö. Es ist so warm, Vincent. Ja. Ich weiß. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, das könnten wir sagen. Werden wir jetzt auch. Alles klar. Dann wird Vincent euch das nächste Mal bei der nächsten Runde Uncharted begleiten. Was? Uncharted? Uncharted. 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 Genau. Ciao. Ahoi. Ja. Ja.